Nachdem wir da in Friedrichshafen gewonnen haben, war mir schon klar, dass dieses Spiel sehr schwer ist. Weil in Berlin zu gewinnen und dann auf 2-0 zu gehen, ich denke, das ist so ein bisschen in den Köpfen der Leute auch drin. Wir sind nicht sehr gut gestartet, aber die Wechsel mit Kylie und mit Steven haben dann wirklich Früchte getragen und die Annahme stabilisiert. Und dann sind wir besser und besser ins Spiel gekommen, mit Ausnahme des vierten Satzes. Da ist irgendwann mal so ein Break gewesen, aber der ist normal, auch in solchen Spielen. Und dann haben wir die Leute rausgetan und haben gewechselt. Und dann kamen im fünften Satz die Halle wieder frisch rein und haben das Spiel dann gewonnen. Und man muss schon sagen, also das Berliner Publikum, was das im fünften Satz bewerkstelligt hat, das muss man schon a la bonne, Chapeau. Es war wirklich spannend. Es war ein guter, hart-fought-match zwischen beiden Teams. Und wir waren wirklich glücklich, dass wir auf den Topen kommen und es nach Game 3 kommen. Es war einfach nur relaxiert und ich spiele meine Spiel. Ich weiß, wie ich spiele. Ich bin auf dem Spiel, in fronten von allen unseren Fans, ist eine wirklich spannende Zeit. Und sie bringen viel Feuer. Und ich versuche das gleiche mit meinem Spiel. Und unsere Team auch hilft, und ich versuche, dass wir auch Spaß haben. Ja, natürlich kann man reden damit. Man kann es nicht mit allen, aber man muss die Leute zu sich nehmen und mit den Einzelnen sprechen. Und wenn du dann so Koran Publikum bist, dann kommt nicht immer alles an. Deswegen muss man sehr kurz und sehr intensiv das gestalten. Ja, das ist es. Wir haben zu gehen da und gehen und gehen und spielen, spielen wie wir die letzten zwei Matches haben. Sticker zu unseren Spielplanen, spielen die Volleyball wie wir wissen, wie wir spielen. Und dann kommen wir auf dem Toppen. Es war unglaublich. Über 7,000 Menschen. Das ist die beste ich in fronten. Es war spannend. Und dann haben wir uns zu sehen. Und dann haben wir uns alle Fans hierherst. Und dann haben wir uns alle Spiele gemacht. Und dann haben wir uns hierherst. So, danke Fans, für uns hierherst. Das war's. Ich hoffe, dass wir uns hierherst.